Rollen, 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 rollen! Ja Henne, am Wochenende gegen Ulster Münster hat 3-0 gewonnen. Was sagst du zu dem Spiel? Ja, souveräne Leistung, 3-0 gewonnen. Ich meine, man muss ehrlich sagen, es war keine Drittliga-Atmosphäre, keine Drittliga-Leistung. Was aber diesmal das erste Mal seit ich Trainer bin, nicht unbedingt an uns lag. Ja! Ja, ja! 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 Woh! 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 1, 2, 1, und Tarii! Jawoll! 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, und... Ja! Ja, ja. Ja! Na drei, vier, drei, drei! Gute, drei, drei! Jawohl! Great job! Hurraaa! 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 Gut geht's! Hurraaa! Gut geht's! Gut geht's! Und was sagst du zum kommenden Gegner GF Lannover? Ja, ich denke es wird wieder ein schweres Spiel für uns. Wir müssen konzentriert spielen. Jeder Satz, fast jeder Punktverlust zu weh. Wir wollen auch unseren Zuschauern weiterhin ein ähnlich gutes Spiel zeigen gegen Aachen, obwohl ich natürlich auch weiß, dass wir nicht immer diese Leistung zeigen können. Aber ich glaube, die Zuschauer können sich auf ein spannendes Spiel, ein Kampffspiel einstellen mit langen Ballwechseln. Und hofer muss irgendwann jetzt mal gewinnen, wenn sie noch die Klasse halten wollen. Und hoch! Denn wenn sie noch immer gewinnen sind sind dann für Sie dasig Punktverlust geht, ja, viele werden nicht die Klasse Leute sehen. Aber jetzt sollten Sie auch